Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute im Gepäck das Video Such und Verstecken mit meinem Bruder Tana und unserem Kollegen Sten. Ich will die Anbu so kurz wie möglich halten. Ich hoffe euch gefällt das Video. Lasst gerne ein Like da, wenn die so ist. Konstruktive Kritik in den Kommentaren ist genauso der Wünsche. Und auch gerne ein Abo dalassen, damit ich weiß, dass ihr mehr von diesem ganzen Stuff sehen wollt. Ich hoffe euch gefällt die Runde und wir gehen rein. Sehst du eure Namen auch nicht? Aber kann auch wegen Hardcats liegen. Ja, ich sehe deinen Namen auch nicht, auch wenn ich ranwiese. Also ich sehe gar nichts, kein roten Punkt, kein gar nichts. Bei dir auch nicht habe ich. So, jalla abwarte Jungs. Aber wo ist der Timer? Wir sehen keinen Timer. Na, da müssen wir uns denken. Okay, Elsi riecht allein Timer auf 4,5 Minuten. 4 Minuten, 30 Sekunden. Let's go. Ihr habt gesehen welche Ecke ich gegangen bin, das ist die Suchecke dann. Da dreht man sich einfach rum und zählt runter. 367. Jo. Und ich kann natürlich die Glasscherben, also... Ja, mal richtig extra, Digga, da fallst du abhauen. Ach so. Ihr sollt nicht abhauen, das ist nicht der Sinn. Ja, ja, Digga, deswegen. Doch, ich hau ab, mir egal. Digga, ich schwöre dich mal, man muss eigentlich so auffällig machen, damit es wieder unauffällig ist. Ich stelle dich so direkt neben mich und hoffe, dass ich links rotiere. Und der rechts von mir steht. Ich bin auch soweit. Okay, Elsi riecht dein Timer auf 10 Minuten. Let's go. Let's... Ich glaube gar nicht, ich glaube, du schaffst es nicht in 10 Minuten. Vielleicht machen wir das auch gleich mit Steps aus, damit, falls ihr irgendwie in meiner Nähe rumläuft, dass ich das nicht höre. Oder ihr schaltet Schuhe ein. Wir bleiben auf jeden Fall hier, ich bewege mich nicht mehr. Nein, nein, ich meine beim Verstecken. Nicht, dass ich euch dann... Ich hab sowieso keinen, ich hab das Dings mit, wo man keine Schutte... Ach so, okay. Das ist ja gut. Ja, auf gar kein Fall schaffst du das in 10 Minuten, Digga. Ich würde schon mal gerne spoilern, Digga. Jetzt machen wir nochmal einen Timer danach auf 5. Ja, aber ich mach noch nicht. Ja, ja, safe. Ich hab ja schon... 15 Minuten ist 5. Ja, auf jeden Fall zwei Vorahnungen, aber... Digga, die Spielstum ist auf jeden Fall schon mal bei mir vorbeigelaufen. Oh nein, Digga, du bist auf den Spot gegangen, Steele. Ja, klar, Digga. Den Spot, den... Kannst du den Nüsam? Hä? Kannst du den? Nee, aber ich... Achso, ich spawn ja wieder, dann geh ich zur Treppe. Ja, als ich da vorbeigelaufen bin an dir... Bevor du's gesagt hast, hab ich schon gedacht, Digga, safe. Da hat sich doch einer drin versteckt, Digga. Nee, ich hab gedacht, du wärst schon wieder voll weit weg, weil ich dich nicht gesehen hab. Äh, nicht mehr gehört hab. Wie gesagt, ich hab, äh, gedingst. Ich hab, äh, das auch geahmt, bevor du's gesagt hast, ne? Also ich bin da schon... Aber ich glaub, du hast es nur geahmt, weil Steele mich da in der letzten Runde in der Nähe gekillt hat, da. Nee, tatsächlich nicht. Ich hab's einfach... Unterbewusst, glaub ich. Ja, okay, das kann sein. Maybe. Maybe, baby. Hier ist auch keiner. Hier hätte ich's tatsächlich auch vermutet. Was? Das ist ja... Du weißt, wo ich bin, also. Okay, um zu wissen. Ja, natürlich weiß ich, wo du bist. Ich guck da streamen, Digga. Ja, ja. Spanat. Ach, ja, ja. Ich glaub, es kommt nur die Wand an jetzt die ganze Zeit, oder was? Digga, ich hätt jetzt echt gern so, äh, Game Mode Spectator, Digga. Dann könnte ich schon so gucken. Digga, lass doch los. Game Mode Spectator? Ja, du kannst auch einfach das stream gucken. Nee, man soll sich raus, Tom, flieg ich wieder raus. Also, ich kann mir echt vorstellen, dass ich Tana nicht finden werde. Schau mal. Okay, mir auch raus. Wollen wir, wollen wir jetzt machen? Digga, warte auf. Scheiß, Digga. Ich wollte auch eigentlich einen Finisher machen, aber er hat sie ihn irgendwie nicht gemacht. Okay, gut. Ah, jetzt schon. Ey, Tana, warte mal, Tana, wo bist du hin, Digga? Ich hab keine Ahnung, ich suche mir einen Platz. Schade, ich wollte eigentlich, dass du mich vielleicht covern kannst, Digga. Also, gucken konntest, ob das so, man das sieht. Ja, wo denn? Wo bist du denn? Mitte. Mitte, Mitte, Mitte. Ah, ja. Okay, warte. Komm mit, 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 komm mit. Hier, hier, genau, genau, genau. Weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Weiter, 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 weiter. Genau, genau. Nee, zu obvious. Ja, okay, Digga. Ich, äh... Ich denke, ich hab meinen Spot. Ja, ich auch. Na gut, dann suche ich jetzt. Zehn Minuten, ne? Ja. Ja, dann, 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 ding's mal, Digga. Mach mal einen Kommentar da, oder so. Ja, Digga, jetzt bin ich gerade bei meinem Spot. Halt, fress du, Digga. Tana, erinnerst du dich noch an eine bestimmte Taktik aus damaligem MB3? Nein! Digga, wie schlecht, Digga. Hast du ihn gefunden? Ja. Ja, ja. Aber fischst mich doch, Digga. Nee, ich hab... Ja, was meinst du, welche Taktik? Hm, was mit einem Wurfmesser gedrückt hat, damit er so... ...komische Bewegung macht und sich nicht bewegt. Ja, ja, sei, sei. Zehn, sag mal, wo du bist, weil dann laufe ich hinterher, dann haben die Zuschauer was zu sehen. Tanker, links von dir. Ah, ja. Ja, mach was zu machen, hab ich. Achso, warte mal zehn. Ja, ich glaub, die Map ist auch sehr hell, deswegen. Ja, ich wollt grad sagen, also vielleicht macht Tana noch ein paar nach, aber danach suchen wir auch noch andere. Ich glaub, shipment wär besser. Digga, ich hab's zehn verloren, der ist zu schnell gewesen. Ich weiß nicht, wo heengelaufen ist. Langsam, Digga. Ich bin oben beim Glas bin ich. Achso. Ich schieß, ich schieß einmal. Ja, sehen wir. Ja, moin. Ja, aber hört man ja. Ja, ja. Wow. Du läufst, Digga. Du bist echt ohne mal langsam mit den Katanas, Digga. Nicht da gucken, nicht da gucken. Bin ich schon mal an dir vorbeigelaufen? Ja, keine Ahnung, Digga. Moishe, mach mal Piep. Woher soll ich das wissen, Digga? Hä, du siehst das doch. Ja, er guckt doch wahrscheinlich gegen den... Ja, jetzt in der letzten Minute auf jeden Fall nicht, Digga. Das heißt, er kann nur da sein. Ich hab einfach's dem markiert. Ich hab vorher hätte ich dich jetzt so gekillt. Ich fand man eben mein Versteck. Na, okay. Aber dein Versteck eben war auf jeden Fall besser als meins jetzt. Ja, irgendwie läuft es dir noch gefühlt die ganze Zeit immer dieselben Wege. Aber er macht nicht dieselbe Taktik wie ich. Na, ihr werdet ruhiger. Digga, ich weiß nicht, wo er ist. Ihr werdet ruhiger? Darfst du dich verstecken? Ja, ja. Ich dachte, er guckt da nicht rein. Boah, starkes Versteck, aber... Finish. Ich fand eben mein Versteck besser auf jeden Fall. Oh, alter Putain, ey. Die ohne Respektlustige. So, dann geht Tana jetzt suchen. Also, im Mittelgang, ne? Treffen wir uns kurz. Ja. Und das wieder da lagen, komm mal mit kurz. Ja, ja. Ich bleib hier. Ich vertrau drauf. Ja, komm, ich glaube auch hier. Komm. Hörst du los. Es geht hier? Ja. Digga, leider kann man nicht so F5 machen, so. Oder, ne, F3 ist das, ne? Ne, F5. Kalt, schwach. Ganz kalt, euch kalt, weg. Ja. Ja, ich check, check, check. Paranoid. Du wüsstest das Game, oder was? Also, mich interessiert es auch, ja. Weil ich nicht weiß, wo er hingelaufen ist. Er wollte mir sein super, duper tolles Versteck nicht zeigen, leider. Falls man ihn gar nicht findet. Ich hatte zwei eigentlich. Ejo. Eee, Digga, das ist ja ultra-wag, Digga. Ja, komm noch an, von welcher Seite du kommst, ne? Hier ist auch keiner. Hier hätte ich es tatsächlich auch vermutet. Einen infiziert, Digga. Aber früher war das nicht rot, ne? Früher war das ja dunkel. Ja. Ja, Digga. Wie schlecht, Digga. Ja, Digga, weil er grün ist, Digga. Oh, Mann, Digga. Hä, warum finish denn dich, Digga? Was muss ich drücken, um finishen? Digga, dann versucht ihr beide, mich jetzt mal zu suchen. Ich hab mich aber am zweiten Spot versteckt. Ja, okay. Immer bis schon drauf. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall da noch eine andere Map, Digga. Ja, ja. Zweiter Spot. Das ist lustig. Ja, nicht gefunden. Was? Ja, okay, komm raus. Kurz auf die Map. Naja, Digga ist ja ultra-wag. Ah, Digga. Hast du ihn? Wo war der? Ich hab's gar nicht gesehen gerade. Auf dem Vliesband hin. Ja, wow. Ja, komm, Mapwechsel. Wer sucht? Ja, warte, du willst uns erstmal zusammentreffen, damit wir wissen, wo wir suchen. Lass oben beim Haus treffen. Ich hab schon streamen, man. Ich suche als Erster. Ja, aber lass uns trotzdem am Haus treffen. Also, ich bin im Haus. Ja. Warte. Kill mich mal. Kill mich mal. Ah, mein Kille. Das ist auch mein Kille. Oh, lol. Ich denke, wir sind schnell gestorben. Wo denn genau? Zeig mal. Wo suchst du? Äh, ich hab dich, ich hab dich. Oh, nein. Äh, hier glaube ich, ne? Hier in der Ecke. Am Rande Map? Hier, stell ich mich hin. Let's go. Das ist die Frage. Wir machen wahrscheinlich mehrere Runden dieses Mal, ne? Aber... Ich hab dich gerade schon gesehen, würde ich sagen. Gar nichts hast du. Digga, warum springt... Wie das wackelt. Siehst du das? Ja, ja. Hä? Wenn du das siehst, siehst du meine Füße? Nee, nee. Aber du guckst von der Seite. Nee, nee. Ich guck von vorne. Nee, aber jetzt muss ich ja weggehen. Jetzt weiß ich ja, dass du in der Nähe bist, Digga. Oh! Hä? Na und? Oh! Hä? Jo, geh mal außerhalb der Map. Digga, ich hab nicht den Weg zurückgefunden. Ich glaub ich hab's auch. Also, Thomas, von mir aus kannst du gerne suchen. So einfach, Thomas, also wirklich. Junge, okay, die Map ist doch viel größer, glaube ich. Ja, boi! Hab ich aber auch kurz gedacht, ich sag, hörst du ihn? Digga, du bist krank groß, Digga. Also, holy fuck, ey. Und auch so Dings, Digga. Ihr habt grünen Skin-Dinger, guck mal, wie das hier aussieht. Ja, ja, ich seh das. So, dass ich irgendwas erkenne. Ich kenn die Map ja auch noch von Multiplayer, aber das ist geißestkrank. Ja, what? Die Date gerade. Es soll einfach Ewigkeiten nach draußen laufen. Ja. Krass, auf jeden Fall hättest du mich gefunden, weil das war mein Verstecker. Ja? Ja. Ich hab so Dickdick gesehen, Digga, das ist so lustig. Wenn, äh, die Cops, die suchen mäßig und der eine wird gefunden und er so, ah, they got us, they got us, come out. Ey, hallo, hallo, jetzt reicht's dir. Guck mal, das funktioniert. Ich hab mich verraten jetzt, das ist schlecht. Nein. Nein, ich schwöre, also nicht, weil du dich bewegt hast, Digga. Nein, nein, ich hab mich auch vorher schon bewegt. Achso. Es gibt viel bessere, Digga. Ja, Digga, ich hab viele gesehen, aber ich wollte mich auch für irgendeins entscheiden. Scheimer? Kann nicht sein, oder? Ach, nee, das war da für die 5 Minuten. Ist klar, so aussehen, du hast gewonnen. Ey, ich hab noch 5 Minuten. Ich eigentlich auch, weil du hast ein bisschen überspannt im Boden. Kann man hier hin, Digga? Ja, crazy. System wusste er es nie, oder? Vielleicht ist er im Wasser, Tom. Ey, oh. Fürs Spiel gestorben. Boah, ist auch krass. Ist auch krass. Taner, man, nicht alle verschenke ich mal weg, Digga. Such mal einfach da, wo er ist. Achso, okay. Hab ich auf jeden Fall schon gesehen. Ja, Digga, der Taner sagt jetzt extra wahrscheinlich, weil du... Ja, weil ich in der Nähe bin und zurückgehen soll. Ja, oder weil du vor 5 Minuten da warst und er sagt, das jetzt erstmäßig damit du denkst, dass er in der Nähe ist. Oder er ist irgendwie da auf dem Haus und hat mich von unten gesehen. Oh, alles klar, Digga. Was hast du für ein Blitzlicht da oben? Ja, woher weißt du denn, dass ich bei dir war, Digga? Ich hab da gar keine Steps. Ich hab dich gesehen. Oh. Also, es ist den. Digga, what? Das war crazy. Das war wirklich crazy. Du klein Wichser, Digga. Digga, was? Will ich mir hin, Digga? Ja, auf jeden Fall, Digga. Ich seh dich auf dem Haun rumstehen. Also, ich hab ihn gesehen, als du auch nicht vorbeigelaufen bist. Hä, wie kann er den nicht sehen? Aber warst du ehrlich, Hüster? Ja, 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 ja. Junge, überhaupt nicht gesehen, Digga. Leg dich mal da rein. Ich will mal sehen, wie das aussah. Ja, doch, eigentlich sieht man... Oh, lol. So sieht man das überhaupt nicht. Also, du musst den schon töten, ne? Wenn man sich nicht bewegt. Sehr gut. Ja, Hüster, du suchst du als nächstes. Ja, von mir aus. Ich geh... Achso, wo, Tana, wo warst du nochmal am Ende der Map da hinten, ne? Hm, oben. Ich lauf da eben hin. Ich warte jetzt. Ich hab einst von... Wie lang geht denn die Runde noch? 10, komm mal zum Haus, 10. Ach, du meinst. Oh. Ja, okay, Digga, du hast noch 5 Minuten Zeit, Digga. 5 Minuten, ich bin hinten generell in der Robi, Jungs. Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Je lang, je lang, je lang, komm mal hier lang, hier lang. Ich bin verwirrt, ich bin verwirrt. Ich merke mir das genau, wie auch du es gesagt hast. Damit ich das... Da bin ich mir eine Rude aus, mein Kerl. Der ist... Junge! Geh mal raus. Digga, was? Der ist... Digga. Ja, so sieht man das bisher. Also, ich hör euch, aber reden, Jungs, ne? Panna hat seinen Spot auf jeden Fall. Nein, nein, komm mal her, aber komm mal her. Neunzunzwein? Nein, du musst gucken. Sag mir mal, ob irgendwie was rausguckt oder so. Ja, halt hinten, ne? Aber sonst... Und wenn ich nach vorne geh, weiter? Geh mal ein bisschen weiter nach... Woh-ho-ho-ho-ho! Das ist genauso! Hört mal auf, Jungs, ne? Hört mal auf. Ja, okay. Ich schwöre, ich nehm das jetzt auf, Digga. Ich zwick dir das. Das erkennt... Digga, das ist das Heftigste, was ich je gesehen hab. Warte, ich rufe kurz WhatsApp. Wo war ich vorhin? Danke für die free tips, Jungs. Wenn du den findest, 10 Subgifts. Echt? Nee. In 10 Minuten, wenn du den findest, wirklich Respekt. Toll. Wo war ich vorhin? Okay, Hüsum, kommst los. Nicht mal, wenn du mein Bildschirm sehen würdest, würdest du wissen, wo ich bin. Okay, jetzt geht's. Hast du ihn ehrlich auch gehört? Wie denn was? Oh, lol, Digga. Digga, wie? Du kannst doch nicht am selben Stop spotten gehen, wo Hüsum sagt, dass es ein krasses Versteck ist. Oh, ist auch krass. Da haben immer nicht alle Verstecke vorweg, Digga. Wie Jan hatte. Ach, okay. Kann ich mich nochmal neu verstecken? Ja. Mach schnell irgendwo. Ja, ich guck kurz weg. Okay, ab. Ich hab's wiedergefunden. Ich schwöre, er findet mich in zwei Sekunden. Nochmal gleich ein Spot. Ich geh nochmal zurück gleich. Digga, das wär echt schlau eigentlich, Digga. Später, Jungs. Digga, ich würd echt gern Hüsum's Ding sehen. Digga, ich sag, in 10 Minuten findet ihr die auf jeden Fall nicht. Zu 100%. Das ist schon echt krasser Zufall, Digga. Oder du hast mich komplett gebaitet. Man sieht mich doch. Digga, ich hab dir das noch gezeigt. Ja, aber war halt scheiße, ne? Kamerascheiße. Jungs, alles klar, Digga. Digga, Gott, beliebt, Digga. Der Ballmann. Ja, jetzt machen wir das. Nö. Hoch komm ich doch nicht. Hm. Hm. Ach ja, das ist jetzt auch ja. Hm, hm. Nee, es hat mich... Mann, das macht keinen Spaß. Hahaha. Ich hab auf jeden Fall auszusehen gerade meine Maus richtig krass bewegt. Also ich weiß nicht mehr, ob man welche noch so schlecht sieht, Digga. Also von mir aus bist du auf jeden Fall echt kalt. Mhm. Kannst den... Kann was das stehen? Für den Haus stehen. Stehen, wo bist du? Koordinator 27 B. Ah, ok. 27 B? Oder was hast du gesagt? Digga, wenn du nicht auf die Map guckst, süßarm kann ich wirklich meine Position sagen. Nja... Nee, lass mal. Oder du schlumpst dich kurz, süßarm. Ja, aber... Das ist gut, Digga. Lass mich mal kurz hier konzentrieren. Das kann doch nicht sein, Digga. Hm. So ein Billows mal einklingen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr crazy. Also ich suche auch Premiere gerade Tana natürlich, aber wäre super, wenn ich aus denen irgendwie erwischen könnte. Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass du schon 10 cm vor mir standest und mich nicht gesehen hast. Was laberst du? Doch, Digga. Nein. Doch, Digga. Hä? Was? Digga, ich schwörde. Sein Spot ist richtig crazy. Ja, Digga, du bringst ja jetzt nicht so... Auch wenn du da vorstehst und du weißt, dass er da liegt, wirst du es nicht checken. Also du siehst es trotzdem, Digga, obwohl du weißt, dass er da ist. Also da hatte ich schon echt Eier flattern, Digga. Aber ich habe mich gerade noch mal bewegt aus Versehen, Digga, so. Wo ich schon war, also... Ja, im Wasser dann, Digga. Aber... Komm her! Wo bist du? Einfach random. Ja, Digga, da ist irgendwo ein Schlupfloch. Da bin ich reingegangen. Ja, du lass, Digga, aber... Digga, das wäre so lustig. In den Wasserfall rein. Ja, was weiß ich, Digga, was weiß ich. Digga... In irgendein Steinracht... Oh mein Gott! Ja! Digga, er hat mich einfach random getritten, weil er gemessert hat. Ja, irgendwie krass, Digga. Du hast mich überhaupt nicht gesehen, ne? Nee, Mann. Also dein Schuh hat rausgeguckt, aber ich glaube erst in dem Moment, als ich zugeschlagen habe. Ja, auf jeden Fall. Nein. Vielleicht weil ich mich bewegt hatte, Digga, aber aus Szenen... Als ich aus Szenen raufgeguckt hatte, Digga, hab ich gar nichts gesehen, Digga. Aber wenn du sagst, ähm... Mäßig, das war unfair, können wir auch in Zukunft spielen, dass man das halt nicht darf. Jaja, auf jeden Fall. Aber du hast ja eben noch so... Jo... Den hier gemacht. Hey, hallo, hallo! Jetzt reicht's dir aber... Kann ich mir nach suchen, wo das nicht rauskam? Äh... Tanas, sag einfach kalt oder warm. Das wär super. Warm, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall gelustbar, wenn du mich siehst, lasst du auf jeden Fall. Oh, Digga, ich hab den Schatten gesehen. Tana, suchst du jetzt? Nice, Digga, nice. Hä? Tana hat doch vorher schon gesucht. Ja, du? Ja, dann muss ich jetzt suchen. Du musst suchen, ja. Boah, Digga. Dann geh ich ins Haus, oder woher? Niemand hätt's mich gefunden. Du hast verloren, okay? Okay, Digga, okay. Okay, ich geh hier in die Badewanne, oder was? Ne, ne, da wo ich hin. Ja, Tana, ich traus den nicht. Ich weiß ja nicht, wo du warst. Ja, komm ins Haus. Ja, bin ich. Was machst du, Havi? Ich traus den nicht, ich muss meinen Streamer des Gottes machen. Er guckt eigentlich die ganze Zeit. Ja. Man kann auch gucken, wer zuguckt. Hier. Ja, okay. Hey Siri, stell deinen Timer auf 5 Minuten. Das Gute ist, Tana, 5 Minuten, der Counter läuft. Überall, wo ich gerade geguckt hab, weiß ich den ja nicht. Also auch die Dinger, wo ich dachte, krass, ich saß. Aber Wasserfall geht auf jeden Fall nicht, Tana. Boah, zumal zu dem Thema. Komm mal zu Steen. Wo ist Steen? Ja, in der Ecke. Auf jeden Fall Steps, ne? Wo soll ich ausmachen? Kann nicht sein. Na gut, dann nicht. Also ich bin jetzt gerade bei dir. Hörst du mich? Ne, glaub nicht. Komm, komm, weiter, weiter, komm Kau. Ja, komm. Komm, komm, weiter. Links rum, links rum, ne? Geradeaus. Jetzt aber ein Wasserfall. Da, guck. Hier, unter dem Auto. Man kann doch rein. Hier so. Wo ist du hin? Ach so lau. Der ist ja krass, der. Doch echt? Doch echt, Digga. Ich hab gerade echt kurz überlegt, wo du mit hin bist. No, I'm for real, Digga. Aber Digga, dein Sniper verrat dich auf jeden Fall, ne? Dein Sniper verliert dich. Was ist, wenn ich den Sniper in die Hand geh? Ja, ne, Digga, die ist so kunterbunt, Digga. Ich muss mal was austesten. Was machst du denn? Ich töte, damit du eine andere Klasse nimmst. Ich kann... Oder die Tarnung runter nimmst und schwarze Tarnung drauf machst. Ich kann die Tarnung nicht ändern hier. Das geht nur im Menü, du kannst nicht nur die Aufsätze ändern. Naja, stimmt. Aber... Ne, ich hab ja nur die Sniper-Klasse. Aber, ne, du kannst mich ja töten und dann meine Waffen nehmen, ne? Ja, das kannst du machen. Ja. Okay, ich komm da hin. Ja, ich geh auf jeden Fall auf den Spot, Digga. Aber komm mal auch da hin und guck. Also, guck wie ich mich am besten, denkste. Zwei Minuten noch. Jo, ey, mach mal keinen Druck jetzt. Also, schwer, ne? Nicht so gut wie das andere, glaub ich, aber das ist auf jeden Fall gut. Aber eben, bei dir war echt crazy, Digga. Geh mal einen Meter zurück, oder so. Also, mach mal hier. Hier so. Hier so? Ja, Digga, null sichtig von hier. Also, ich müsste schon rangehen, um dich zu sehen. Also, for real, real. Hast du POV auf mich? POV auf dich, wie? Ja, so. Siehst du mich? Achso, warte, ja. Hier hinten bin ich, ne? Ja. Sieht man, das ist doll? Ja, von hier schon, Digga. Hm. Oh. Das ist auf jeden Fall der Links. Also, wo auch immer du jetzt bist, ich seh dich nicht. Nee, das kannst du auch nicht. Du musstest es aber testen. Nee, okay. Geht nicht. Okay. Bin auch ready. Digga, das ist Backloss. Ahaha. Da haben sie dir gar nichts. Ahaha. Du musst es nicht ganz los machen. Okay, ganz los machen. Aber, aber, naja, wenn... Geht los! Ja. Wenn der uns zugehört hat, kann er schon ahnen, wenn er einen findet, ne? Ja, Digga, das ist gut. Mhm. Okay. Also, es hat euch auf jeden Fall komplette Cross-de-Belgegen entfernt. Ich bin auch nur abig. Ich bin im Norden, er ist im Süden. Mehr verrate ich nicht. Sag, da meinst du, wenn er in der Nähe ist, kann ich Stellung ändern, dass er mich nicht sieht? Hahaha. Hahaha. Also, von mir aus, man sieht gar nichts. Naja, der wird mich auch nicht finden. 100% nicht. Ja, Digga. Entweder findet er uns instantly, oder gar nicht. Oder gar nicht. Ich hoffe, wir verletzt das. Ich mach mal Commentary, Digga. Ja, genau. Commentary. Oh, Leute. Oh, sonst wär's nicht untergelaufen. Digga, es geht ja noch in den Keller hier, Digga. Ja, denn kalt ist nicht. Kalt, geh weg da. Ja, kalt, 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 kalt. Eiskalt. Ja, kalt. Lora piept da, wenn der wegkommt von mir. 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 Kleiner Wichser, Digga. Hahaha. Hahaha. Hallo, nicht? Ich schwöre das vor unsichert. Achso. Ja, von Hauptsache, du pingst nicht auf einmal direkt was vor. Boah, dann hat er uns. Oh, er hat uns, Abi. Hat er? Nein, Digga. Wenn er mich findet. Aber er hat uns. Weißt du, was lustig ist? Das verwirrt mir jetzt noch mehr. Das heißt, du machst das so als Joke, aber er ist wirklich bei uns. Aber er denkt an ein paar Arsche. Aber ist das nicht sicher. Hahaha. Und die haben uns gefunden, Abi. Hahaha. Kannst rauskommen. Hey, yo. Imagine, Digga. Tana, wollen wir so lange, wenn du Eier hast, spielen? Ey, ich fang an. Wenn du Eier hast, schießt du jetzt, Tana. Ja. Mach's auch mal. Wenn du Eier hast, gibst du dein Versteck auf. Oh, scheiße, Digga. Muss du mal schnell ein neues. Bei mir ist noch, bei mir ist noch genug Platz, Gabi, du kannst kommen. Ich glaub sogar echt, ne? Ja. Nur bei mir auch, Digga. Die Maps sind echt respektlos, Digga. Ja, Mann. Aber ich glaub... Eben grad, hättest du mich echt nie im Leben gefunden. Ne, Mann. Ne, Mann. Ist das genau so ein respektloser Spot? Oder noch schlimmer? Ne, ne, ne. Ne, nicht so schlimm. Ne, kommt nur auf die Suche an, ne? Also wie gesagt, entweder... Ja, du bist ein schlauer Sucher, ne? Ne. Entweder läufst du dahin, oder halt nicht. Na, ich mein, ich hab's ja bei... Ich bin ja zum Beispiel außen rum gelaufen bei Terminal, Tana. Und du seid ja irgendwie komplett permanent. Ja, ja. Ja, ja. In der Augen geht's halt. Dann verunsichern die Leute halt. Dann denken wir an A, man muss zurücklaufen. Aber dann misst du irgendwie Spot A und B. Hast aber C bis Z alles abgeguckt. C bis Z? Ja, wo bist du jetzt? C, wo bist du? Weg. Guck mal halt. Ja, mach als Computer, Digga. Gut, dass du's gesagt hast, Tana. Ich hab halt irgendwie... Es denkt dann nämlich, dass der nicht in unserer Nähe ist. Oh, lol, what? Das ist krass. Hä? Das ist echt crazy. Das ist richtig crazy. Das ist richtig crazy. Anze den Netz? Jetzt ohne Scheiß? Ja. Ja, ich... Ich hätte jetzt aber nicht gedacht, dass man halt noch hin kann. Ja, ja. Deswegen meine ich ja. Digga, du Wichser, du hast gesagt, du bist im Süden. Na, würde ich hab das gesagt, um euch zu sagen, wo ich bin. Hattest du auch ernst gesagt? Ja, ne, 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 ne. Wir sind im Norden und im Süden. Ja. Mach mal Süman jetzt, Abi. Ja, ich muss erst mal zu Stehlen laufen. Okay, let's go. Rauf. Ja, wenn du so den Kill kriegst, kannst du auch noch mal suchen gehen. Guck mal, Tana, ich hab mich weiter verwirrt. Ey, wenn du so den Kill kriegst, kannst du auch noch mal suchen. Wir wollten doch nicht mehr so schlagen, wir wollten wirklich, dass wir sie suchen jetzt. Ja, Tana, komm raus. Ich höre, aber der Spot ist ja gar nicht so. Ja, mit dem richtigen Skin vielleicht. Ja, mit dem schwarzen Skin. Aber das war einer der ersten Spots, die ich auch mir angeguckt hatte. Ja, das ist halt Zufall, ne, I guess. Ja, ja, klar. Da ist er. Hier, da ist er drin. Sag mal. Ja, ja, ja. Komm raus. Wir haben uns. Wir haben uns. Wir haben uns. Wir haben dir die falsche Richtung gekuckt. Ich hab gegabelt. Fifty-fifty. Ja, er ist abgehauen. Bist du ein Noob, Abi? Digga, er läuft voll schnell, Digga. Wir waren Opa, Digga. Wir haben noch 2 Minuten 50, Digga. Ja, Digga, machen wir Gas. Wie gesagt, du warst schon vor ihm. Jetzt musst du mir überlegen, wo du schon warst. Und nicht wo du noch nicht warst. Achso, ja, das hilf mir. Hm. Mir auch geil. Oder ich verarsche mich einmal wieder. Nein. Warum? War echt so. Digga, ey. Der Opa wieder, Digga. Digga, ich schwöre, ey. Er läuft mir so schnell weg, Digga. Ich versuche gar nicht mehr zu suchen, Digga. Versuche nur abzuhauen. Ich will, dass ich ihn wieder suche. Wie so ein kleines Kind, was immer nur mit Verstecken spielen würde. Also du bist auf jeden Fall echt kalt stehen, Digga. Das kann ich dir sagen. Ja, ist echt kalt. Wollen wir auch sagen, wenn es wärmer wird? Oder einfach nur sagen, wenn es kalt ist. Digga, ich habe eben nur gesagt, dass du schon an meinem Spot warst, Digga. Und du hast überall durchgemessen und hast mich gefunden dann. Ja, halt schon. Aber das machen wir ja nicht mehr. Wir gehen jetzt in der Video auf Suche. Nur wenn man wirklich sieht, oder was? Mhm. Ja, würd ich sagen. Den hast du da schon gesucht? Wo ich grad war? Ja. Weiß ich nicht. Okay. Ach, hier sitzt du nicht. Hey! Ich kann ja nur da sein, wo du auch schon warst. Ja, anscheinend ja dann nicht. Opa da ist halt wieder. Kickt rein. Du hast einen lang gelaufen, Tana. Wie lange noch 10? 50 Sekunden. Ja, du bist richtig kalt auf jeden Fall. Ja, geil, geil. So, jetzt machen wir das Spiel wärmer, kälter. Okay. Wärmer. 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 Kälter. Wärmer. 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 Heiß! Nein, ich weiß nicht. Wärmer. Wärmer. Kälter. Wärmer. 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 Heiß! Glühtheiß! Ja, schon warm zu. Ah, kälter. Wärmer. Warmer. Wärmer. 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 Kalt. Kalt. Wärmer. Kalt. 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 Wärmer. 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 Ja, kalt. 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 Kalt, Junge. Wärmer. 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 Links! Kalt. Kälter. Ja, wärmer, 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 wärmer. Wird glühend heiß langsam. Oh, kalt, kalt. Ja, kälter, kälter. Warm, warm, kälter, kalt. Wärmer, 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 wärmer. Unternie, das hIGT SIEDN DICHCH. Heiß, ganz heiß, ganz, 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 ganz heiß, ganz, 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 ganz. Warm, glühend heiß. Michael. Ja, das ist krass. Aber dass ich den von hier aus nicht gesehen hab. Ja, aber dass du überhaupt nach da hinten geraten hast. Du bist über mich rüber gelaufen, hast mich nicht gesehen, Digga. Ja? Ja, du bist vorhin hübsam über mich gelaufen, Digga. Ja, aber dass du überhaupt hier hinter die Tonnen geguckt hast, Digga. Ich meine, hier ist Ende und hier ist nicht Ende. Ja, also das ist schon echt crazy, Digga. Ich wollte mich auch unter Wasser verstecken. Dann hat Hanau mich auch gar nicht gesehen. Aber dann bin ich halt fast gestorben. Ging das nachher nicht. Er hat auch überlegt, einfach nur unter Wasser zu gehen, wenn ich dich sehe. Ja, nochmal, oder was? Ja. Dann nehmen wir ein High One. Eyo. Okay. Bin ready dann. Wirklich Spiele... Ey. Warum riechst du dich um? Ja, okay, Digga. Okay. Du überlebst das selber nicht, Digga. Wir sollen da so lange warten. Boah, einmal Cheatcode an. Clever. Tata, du warst direkt vor mir. Ey, so Angst. Ey, ich weiß doch schon wieder nicht, wo es sehen ist, Digga. Ich auch nicht. Aber es sehen wir auch nicht, wo ich bin. Ich hoffe, ich habe mein Spot. Digga, hier war ich aber schon. Seher? Ja. Ja. Halb lieber auf der Seite selber. Guck mal ganz genau. Oh. Ich bin froh, dass mein Mikrofon das gerade nicht rausgefiltert hat. Sonst hättest du es nochmal versuchen, dann hat es wieder nicht geklappt. Und irgendwann ersticke ich da dran. Das hört dir aber auch nicht, wenn es auch rausgefiltert wird. Das will ja leider auch mein Lachen. Ja, bei mir auch ganz so. Und wenn ich mein Lachen so halbwegs kontrollieren kann, versuche ich nicht mehr tiefer zu lachen, weil meine hohe Lache nicht angenommen wird. Einmal immer, hohoho, wie ist denn? Ja, Digga, meine hohe Lache wird auch nie angenommen, Digga. Ja, wie machen wir das, wenn ich gar keinen finde? Dann behaltet ihr die Verstecke. Also sagen wir nicht, ne? Und der Nächste kann dann weitersuchen. Also ich weiß nicht, wo es den ist. Dem weiß nicht, wo ich das theoretisch. Ja, ja, deswegen, ja. Aber wir wollten die Map wechseln, hast du gesagt. Ja, dann machen wir halt einmal noch so. Weil, Digga, wenn das so krass ist, schrecklich ist. Oder meint ihr, dass es nicht so krass ist, sondern ich suche einfach nur falsch? Ja, ja. Meinst du, wie ist es für mich kass? Bei mir ist es halt easy. Meinst du, ist auch echt easy, Digga? So einfach, Baby-Eier-Light. War ich schon dabei? Nee, bei mir war es noch gar nicht. Ich kann nichts sehen. Aber es hatte was mit der Technik zu tun. Ich hab dir ja gesagt, wie ich das mache und wie du das machst. Nur machst du ja nicht so wie ich. Und deswegen fließt immer noch. So eine Ecke hast du ja auf jeden Fall nicht, sonst hättest du mich gesehen. Und eine andere Ecke, ich hab auch noch eine zweite Location im Kopf, wo du, glaube ich, auch nicht warst. Aber sonst, ja. Und in der Bildtimme hast du auf jeden Fall auch ein paar Lücken gelassen. Und das war schon... Im Haus warst du auf jeden Fall auch noch nicht. Du warst noch nicht im orangefarbenen Haus. Im Haus war ich gerade eben und ich hab jedes Zimmer auf jeden Fall durchgeguckt. Auch unten im Keller? Ja. Ja. Sicher? Ja? Digga, ist hier, Digga, so ein Bastard. Er ist safe nicht da, Digga. Ist hier, Digga, hab ich gerade so gerettet. Danke, Digga. Nee, Mann. Ja, Digga, ich hab halt hier nicht gesucht. Ey, genau jetzt für Datei. Hast du mir noch nicht getötet? Also, seht das nicht? Ich hab hier halt nicht gesucht, weil die Map halt aufgehört dazu Dingsen, ne? Checkste? Und dann hab ich hier schnell geguckt und hab ich wieder da hinten angefangen. Ach so. Also, sonst hätte ich hier... Ja, du warst, ja, du bist diese Kurve, also du warst so gekürzt, aber bist auf jeden Fall nicht durchgelaufen. Ja, ja, weil hier hat die Map so, oh, noch eine Minute und dann so, ja, okay, schnell alles durchgucken hier. Ja, dann, Sten, ich weiß ja auch nicht, wo du bist, dann such ich mit, okay? Ja, gut. Hier ist ja auch nur ein Zweizimmer, Digga. Digga, ich dachte, er ist so erschrocken, als ich dich gerade gesehen habe, Sten. Ja, ja. Er läuft aber rum, hier. Also, ich denke auch, dass er an einem Gras irgendwo sein wird und du es noch nicht gesehen hast. Vielleicht kannst du... Oder ich kann mal das Ganze raus... Du hast ja meine PV gesehen, Digga. Ja, ja. Eigentlich hätte ich auch gedacht, dass du jedes Gras... ...ab jedem Gras dann gesucht hast, aber... Who knows, Digga, who knows. Hm. Ich habe ihn. Echt sogar? Ja, warte, komm mal her. Aber hier warst du auf jeden Fall auch. Hier war ich auch. Bleib da liegen ein bisschen. Wo bist du denn? Raus. Servergefrennt. Ja, du ne Scheiß! Na. Wo bist du denn? So lag er. Warte mal. Warte, nee, nee. Warte mal. Aber dann kann ich jetzt den Stream aufmachen. Ja, warte. Nee, kann nicht sein. Nein, Digga. Aber doch, er lag hier so. Er lag also aber so halb in die Wand gepackt, Digga. Das war ganz komisch, Digga. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Er hat auf jeden Fall uns angeguckt eigentlich. Digga, guck mal, wie klar ich dich sehe. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Aber er war hier so. Er hat hier so drin gelegen. Aber halt mit seinen Füßen halb in der Dings drin. Ich bin zehnmal hier wobei gelaufen. Versuch du mal hier rein zu gehen. Vielleicht bin ich einfach zu blöd. Nee, nee. Also du musst mich schon angucken. Er hat mich schon angeguckt dabei. Er meint, er guckt die Wand an. Ja. So, okay. Nee, nee. Nein, Digga. Sein Kopf war genau hier. Hier vorne. Digga, okay, Digga. So kann ich es verstehen, Digga. Ja, aber trotzdem, sein Kopf war hier vorne. Er hat in die andere Richtung. Ja, so, so halt, ne? Nee, noch weiter nach rechts. Bisschen noch. Digga, okay, das ist weglos, Digga. Mein ganz halber Körper ist in der Wand, Digga. Ja, du hast das geschafft, Digga. Ich habe mich einfach ungericht, Digga. Ja, weil dann habe ich ihn ges... Digga, mein... Digga, der ganze Körper ist in der Wand, Digga. Aber wie hast du es gemacht, Digga? Achso. Boah, wie krass. Ja, heftig. Ja, okay, Bug-Abusing halt, ne? Ja, aber ist das so nicht verboten, oder? Boah, das war crazy. Let's go. Ja, ja. Ich habe keine Ahnung, was ein guter Spot ist, Digga. Die erste Runde ist ja immer so ein bisschen ran tasten, ne? Äh, bis hier? Lol, Digga, ich wollte gerade an den anderen nix gehen. Ey, mach. Ich habe nix gehört. Ist hier Map Ende? Warte, ich markier, wo du hingehen sollst. Ja, Spaßgenau. Ey, gib... Ja, ich bin auch fertig. Dann, meine Freunde, wir werden suchen. Let's go. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du uns findest. Ey, ich finde es so schlimm, auf der Map zu suchen. Das war, da dachte ich als erstes, dass ich mich hier im Ding sah habe, wo du bei der Mülltunnel geguckt hast, gerade. Ja, das spätestens, wenn ich einmal von der anderen Seite losgelaufen wäre, hätte ich dich halt gesehen, ne? Ja, aber... Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Die nächste Mal lieber die Tür schließen, ne? Ha! Mein Sohn. Oh, Mann, Alter. Oh, Mann, Alter. Oh, Mann, Alter. Den, Digga. Da wollte ich mich hin. Ja, ich dachte, ihr macht das auch noch heute, deswegen hab ich nochmal nachgeguckt. Ein Zeugbildschirm. Ah, lol, okay. Ja, GG! Alter, warum machst du das? Ich muss dich doch finishen, Digga. Gar nichts, Junge. Ich lass mich nicht finishen. Dickster, Digga. Warum machst du aus, Digga? Hä? Achso, achso, stimmt. Äh... Ja, wenn wir echt daran belieben wollen, dass er nicht kookt, oder? Ja, okay, mach ich auch. Ey, Digga, ich kann auch einfach... Achso, du kannst ihn? Ja. Sehr gut. Weil du mich das einzig Wichtige in diesem Moment... Wo, wo ist der Scheiß... Aber, Digga, nur wegen deiner Scheiß-Taktik, Digga. Meiner Taktik? Okay, Digga, deswegen hast du auch... Okay, ich bin in meinem Spot. Los. Oh, lol. Ta-da. Ne, du bist nicht bei mir. Schade. Relativ... Ja, ne, das ist crap. Okay, das wäre eine Option, aber ich weiß nicht, ob er so schlau ist und danach guckt. Ne, ich bin nicht. Okay, dann versteck ich mich da. Ist es den so getan hat, als ob er die Türen nicht gehört hat. Auf jeden Fall zwei Spots schon... Ey, cool, dann machen wir jetzt zwei Runden oder eine Runde? Ja, jeder einmal, ne? Ja, jeder noch einmal. Genau, jeder zwei Mann, der ist egal. Ja, ich würde jeder zwei Mann wirklich ins Bett gehen. Ja, das ist egal, du jetzt. Ja, immer nicht so. Ich bin auf jeden Fall ready. Bin doch nicht ready. Achso. Ne, dann bin ich auch nicht ready. Ne, ich bin ready. Ja, ich kann rauskommen. Ja, ich kann rauskommen. Ey, Jungs, ich hab euch. Ich kann rauskommen. Verdammt. Wieso bist du so cool da drin? Boah, das wäre crazy. Das hätte ich auch nicht gewusst, tatsächlich. Ja, da kommt man nicht, ne? Schade. Schau mal, hast du denn jetzt geglaubt? Ich kann mal Sport, Jungs. Wir können suchen, Jungs. Alter, Junge, Speedy Gonzales. Das ist echt so. Alles analysieren. Junge, du bist dreimal schneller, weil du deine Maus so schnell bewegst, Digga. Warte. Junge, Alter. Holy shit. Ja, guck mal, jetzt hat er mich schon gesehen. Oh, Digga. Wie unfair, Digga. Okay, Digga, komm raus. Ja, kannst rauskommen. Ich seh doch deinen Fuß. Gott, dann hast du den Schiss auch gerät. Ne. Ja, okay, komm raus. Ja, komm, du kannst rauskommen. Ich hab euch doch. Hier war ich schon, ne? Ne. Dann musst du nochmal suchen. Geh nicht in die Richtung. Das hat gut funktioniert. Dann hat er da wirklich in die Nacken. Auberginen. Und Wirsing. Junge, denkst du, du bist Einzelhandelskaufmann oder was? Ja. Guck mal da, Milch. Ich kenn die Produkte, ja? Ich seh, Mama. Aber such mal lieber, statt einfach rumzuschießen. Das macht mir aus dem Angst, weil wir in meiner Nähe bist. Was war das denn? What the fuck? Ich hab gedacht, das ist der grüne Punkt. Ja, ich auch. Ich sag, hä? Hä? Was ist das denn für Cheat-Komplex? Hä? Oh nein, oh nein, oh nein. Ne, nicht Tatenlang, nicht Tatenlang. Kalt. Ganz kalt. Ganz kalt. Ganz kalt. Wo ist weg da? Da waren auch immer Käfigen. Einer Munni mehr, der hier. LOL. Geht mir im Messer immer noch nicht. Oh, okay. Du hast mich. Du dachtest echt gerade, ne? Okay, GG. Komm raus. Ich denke, warum ist das so los, Digga? Sogar wenn ich das sage. Sogar wenn Steen das sage, Digga. Heilige Wurzheit, Jungs. Digga. Warum guckt ihr mir zu? Sports finde ich so, ne? Junge da. Das ist echt... Da geht nicht mehr, da geht nicht mehr. Wer ist gleich dran mit suchen? War ich schon? Ich war schon eben, ne? Ja, ich. Junge. Das geht safe auch, Digga. Das geht safe auch. Weiß ich nicht. Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, Digga. Du warst auf jeden Fall schon... Du warst auf jeden Fall schon in Range von einem Meter, würde ich sagen. Ja? Nicht mal. Das hätte ich auch gesagt, hätte er mich nicht gefunden. Du bist auf jeden Fall echt kalt, Digga. Ab wann darf ich mit suchen? Weißt du den Sport in der Vernehmung? Ne. Ne, ne, weißt du nicht. Also ich... Ich weiß die ungefähre... Ungefähre... Jetzt darfst du mit suchen. Okay, ich komm. Nein. Oh Mann, Alter. Oh, ich versuch's einfach. Ich versuch's einfach. Okay. Von mir aus, Tana, kann's losgehen? Ne, von mir aus auch nicht. Okay. Okay. Let's go. Da steckt doch nicht, ich komme. Tana, suchst du mich auch, oder? Ja, aber nur dich. Ja, okay. Ganz los. Du ignorierst ihn einfach. Geht los. Stimus, jetzt war das Sinn. Geht los. Und ich bin immer noch auf dem gleichen Spot. Geht los? Ja. Geht los? Oh, herzlos. Ja, okay. Dann raus. Ja, okay. Dann raus. Ich hätte mich schon gesagt. Oh, genau das gleiche. Du bist Tän, Digga. Ja, Digga. Extra. Bist du dumm? Bist du klar, ne? Bist du klar? Oh, ganz kalt. Da war's. Auf der ganz anderen Seite der Map. Ja, okay. Du hast mich. Oh, toll. Okay. Mach gar keinen Schwarm, was du spielst. Ich weiß gar nicht... Geh schon mal raus. Du findest mich sowieso. Ich weiß gar nicht, ob du mich siehst, Digga. Boah, das hat gar keinen Sinn zu spielen. Du findest mich doch eh. Ja, da habe ich auch überlegt, mich zu verstecken. Hast du ja anscheinend aber nicht, ne? Nee. Oder lagst du da doch? Guck noch mal lieber nach. Guck noch mal. Ach, das war echt... Ey, nicht da. Gucken, bitte. Ey, Leute. Ich finde ja wirklich. Er dachte, er macht meinen Tricks, Digga. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Oh nein, ich geh da nicht hin. Oh nein, da bin ich hin. Verdammt. Ich schwöre, er wusste nicht, dass ich da bin. Okay. Er wusste nicht mal, dass er da ist. Auch gut, auch gut. Ich glaube, es kommt nachher darauf an, von welchem Enkel du mich nachher siehst. Weil ich glaube... Hast du dich bewegt gerade? Nee. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Kann nicht sein. Kann nicht sein. Ohne. Nee, also ich glaube, es kommt echt darauf an, von welchem Enkel man guckt. Stinn kann ja von mir aus um die Map rumlaufen und mich suchen, aber halt noch nicht wirklich helfen, ne? Und auch direkt weggehen, wenn er mich... Ich hab ihn gefunden. Komm raus. Was der Hammer, Digger. Ich hab rausgekommen. So eine unfaire Scheiße. Nee, ein auf den, Digga. Ein auf den, du kannst ja mitsuchen, aber halt nicht... Wenn du mich gefunden hast, nix sagen oder so, ne? Hab dich. Verdammt. Nein, Tana, nein. Digga, hast du es gleich, Digga? Du bist so dumm, Digga. Darauf habe ich spekuliert, Tanas. Hast du das verkackst, ne? Mhm. Oh, dann hat er beliebt. Das bin ich, Digga. Das bist du echt nicht, Digga. Der Junge ist dein, Digga. Du bist so ein Idiot, Digga. Ich seh ihn da so, ich so... Da bin ich doch gar nicht, Digga. Und du hast einfach gedacht, ich verarsch dich. Das bin ich nicht. Ja, ja. Normal, Digga. Das ist ja auch crazy, ne? So in der Leiche verstecken einfach. Guck dir mal. LOL. Crazy. Ich hab einfach aus Zufall gesehen, Digga. Ja, das sehen du Petzel, Digga. Ich spiel nie wieder mehr. So. Ich hab meinen Spoiler auf jeden Fall. Ich schlug schon ein bisschen. Hahaha. 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 Ich glaub der unlustigste Menschen ich immer finde. Ja, okay. Ja, okay. Kannst du was machen. Ja, okay. Oh, da hinten seite doch. Da hinten seite doch. Ich seh ich doch hier nicht. Na gut, wir kommen raus. Sooo, meine Freunde. Rechenzechnunterhaltung. Willkommen zu einer neuen Runde Suchen Verstecken. Heute auf der Map. Hachirama. Terminal. Wie heißt die Map? Harachi. Highrise. Achso. Ja, auf Highrise. Harachi. Harachi. Karachi. Nee, Aschika Island. Harachi. Okay. Guckst du seite Streams sehen? Ja, ja. Ich glaub ich sollte Gefahr spielen. Ja, ich hab's nicht mehr. Ja, ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ja, ich hab's nicht mehr. Ja, ich hab's nicht mehr. Oh, nicht treffen. Du hast mich fast getroffen, Digga. Das ist neben mir im Kopf aufgetroffen. Guckst du seinen Stream? Ja, ich hab's nicht mehr. Was ist das hier? Das ist ein Ovo, ne? Das ist ein Ovo, ja. Der gute Alte. Hast du gesehen grad? Ja, okay. Übertreibt den. Überspann den Bogen. Ja, okay. Weißt du? Das hat mich überhaupt nicht verordentlich geert. Digga, zugleich hab ich das mal beruhigt, Digga. Du musst auf diesen Schluck geräuschen, Mann. Ja, aber mehr hört man das nicht. Junge Marvin konnte das echt richtig gut auch in real life, Digga. So voll lustig. Ja, Stain, Digga. Du musst auf jeden Fall schlucken gerade, ne? Gar nix, Digga. Gar nix. Glaub ich schon leicht, Digga. Achso, ja. Deswegen muss ich schlucken. Auf jeden Fall, Digga. Ja, ja. Aber du doch grad auch. Nö, ich bin nicht da. Ich bin andere Seite im Wertgefühl. Ja? Ja, ja. Mach mal ABC. Ey, ich hab gute GDP dazu. Ey. Was? Nix. Hier wär auch gut gewesen. Joa, Digga, lass mal mal rein gegangen. Ja, ja. Als Sucher findet man viel bessere Verstecke, Digga. Ich schwör ich es dir. Wenn man nicht dieses meinte dafür. Ja, Digga, noch nicht einmal hast du da reingeguckt. Okay, das wäre eine Option. Nee, nur so nebenbei hast du da reingeguckt. Nein, ich wollte mich da hinten vorhin verstecken, Mann. Meine Güte, Digga. Ach so, okay. Na, ich dachte, lügst du mich jetzt an, Digga? Aber ich wusste nicht schnell. Ja, okay, ist den Atom. Ja, okay. Komm raus, komm raus. Na, das Ding ist hier oben. Ich mach mal Map. Mach mal Map. Mach mal Map auf. Nee, ich lass mich nicht verwirren. Ja, es ist auf jeden Fall kalt. Ja, es ist auf jeden Fall kalt. Als ob du jetzt noch nicht weißt, wie die Map aufgebaut ist, Digga. Weiß ich auch nicht. Es ist auf jeden Fall kalt, Abi. Ja, noch kälter. Eiszeit ist grad. Ja, kälter geht's glaube ich gar nicht. Ja, hier war ich doch schon noch nicht. Hier bin ich. Wie schlecht, Digga. Das wäre so lustig, wenn du mir sagst, was den wärst. Mir war Arsch. Der versteckt sich irgendwo, wo wir schon geguckt haben. Ich lauf dir eigentlich die ganze Zeit hinterher. Ach so. Falsche Richter. Geh Digga, so lange suche er jetzt noch nicht. Na gut. Im Vergleich zu den letzten Aktionen. 17 Minuten suchst du bestimmt schon. Ja, auf gar keinen Fall, Digga. Ehhhh. Nicht mal fünf, Digga. Was, natürlich. Nein, nein. Doch, auf jeden Fall. Er hat mich inzed gefunden. Nee. Jetzt gerade fünf, Digga. 2 Minuten glaube ich, hätte ich schon geguckt spielen. Ja Digga, aber 2 Minuten. Ist ja gar nichts. Ha? Da legst du mir die Leichen raus. Da legst du mir die Leichen raus. Hey, hey, das darfst du nicht. Okay, ich komm raus. Du hast nur einen Versuch. Das nur noch einmal messen. Oh! Ja! Und jetzt? Verloren. Ja, okay, ich komm raus. Du hast gewonnen. Scheiße, ich geb auf. Wir müssen erst mal mit Geld spielen, nigga. Du kleiner Sucht, die Digger. Ich hab ne Gendiktion kicklein, ey. Ist auf jeden Fall kalt. Ja, ich bin die ganze Zeit kalt. Egal, wo ich lange laufe, Alter. Lol, erst was? Wir sagen nämlich, wenn du warm bist. Jetzt hab ich aber wirklich das Gefühl, dass ich schon überall war. Du warst auf jeden Fall schon mal. Ja, du warst auf jeden Fall schon besser. Am Anfang auf jeden Fall. Deswegen haben wir auch so... Da musst du ja echt schlucken, Digger. Du warst, Digger, 20 cm neben ihm. War ich denn am Anfang? Wie lang geht es auch? Hier, hier, hier. Hier hinten ist er nicht. Ich hab mir in Sunshine. Sonst, den bist du irgendwie weggelaufen, oder? Ja, ich bin hinter dir immer noch. Cross the map. Ich bin Andi, der hinter dir ist. Ich hab mir in Sunshine. Ja, lol, Digger. Nur weil du über die Maul geklettert hast. Kleiner Bastard, Digger. Ich wusste, du wolltest dich umdrehen und mich holen, Digger. Ich wollte nicht! Okay, vielleicht ein bisschen. Oder wollen wir noch eine Runde jetzt? Also auf der Map meine ich jetzt eine Suchaktion. Ja. Wer will such von euch? Ich will verstecken. Hä? Du hast jetzt schon dreimal versteckt. Tarn hat auf jeden Fall als Erster gesucht. Ne, du hast als Erster gezogen. Hab der Map als Erster gesucht? Nein, du. Nein, ich. Und da hab ich gesagt, da hast du gesucht und dann meinte ich als Erster, ah, guck mal, diese Mülltonnen, da hätte ich mich versteckt. Und dann meinst du, ja, aber dann wär ich in die andere Richtung gelaufen und dann hätte ich dich von da gesehen. Ja, glaub ich nicht, aber okay. Erst den, Digger, du bist Sucher. Och, Digger. Ich hab keinen Bock zu suchen. Ich auch nicht. Ja, dann such ich. Okay, los. Du steckst doch nicht. Nee, ich muss auf jeden Fall deinen Stream ausmachen. Okay, los. Okay. Okay, los. Digger, Abi. Verdammt. Hab dich, glaub ich, eben noch... Ja? Versuch mal. Ja, da hab ich vorhin versucht hinzukommen. Ja, okay. Okay, das ist aber crazy. Aber ich hab's von hier geschafft, Digger. Nee, aber das ist crazy. Das ist crazy. Einer von uns muss den Spot nehmen, Digger. Ja, ich nehm den auf jeden Fall, Digger. Ja, ich hab ihn gefunden. Ja, also ich nehm den auch gerne, Digger. Kein Problem. Hier? Gut? Digger, das... Ist gut oder nicht? Ist ja herrlich aber. Nein, nein, überhaupt nicht. Also for real nicht. Digger, der ist echt crazy, Digger. NIEMALS findet der das, Digger. NIEMALS findet der das, Digger. NIEMALS. Das wär krass gewesen. Also wenn da jetzt... Hast du nicht gesehen, wo du hin gesprungen bist? Das hab ich auch versucht, Digger. Ach so? Wenn du weißt. Jaja, das hab ich auch versucht, aber man kann nicht auf dieses Weiße springen. Da ist nix. Schade, Digger. Ich dachte, man springt erst auf das Weiße und dann so, aber... Es sind immer solche Spots, ne? Hab ich ja in der ersten Runde versucht. Alter, da hab ich kurz gezittert, ey. Du auch zater? Ja, genau. Oder du hast gesehen, weißt du, wir sind ja gegenüber voneinander. Du hast mit den Händen zitternd sehen, Digger. Sobald er den Sprung schafft, ist es eben auch für mich. Wie er jetzt versucht, nur an solche Spots, wo man nicht hinkommt, hinzugehen. Weil wir das gesagt haben. Junge, früher in MV3 gab es auch so viele Bugs einfach. Hm. Fällt mir zwar gerade keiner mehr ein, aber... Ja, auf, ähm... Ach, wie heißt die Map, Digger? Wo, äh... Wo es so einen Überhang gab, wo sich immer alle beinfiziert hingedingst haben. Ähm, Akkaden. Akkaden? Weiß ich jetzt nicht. Ja, doch, das war Akkaden. Wo es so ein Haus gab, wo man die Treppe hochgeht und dann links war dieser Überhang. Was? Ja, nur noch 50 Sekunden, Jungs. Noch 50 Sekunden? Ja. Was? Schon 45 Minuten her? Ja, das ist krass. Ja, dann machen wir auf jeden Fall, sonst gleich wieder auf die Spot. Ja, ja. Ja, das müssen wir auf jeden Fall noch zu Ende spielen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm... Ähm... Also ich war infiziert und meinten die Rolltreppe nach unten und dann war da so Meckes, wo die sich hintergestellt haben. Das dachte ich meinst du? Nee, 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 nee. Das weiß ich, was du meinst. Überheim? Ähm... Weiß überhaupt nicht, was du meinst, Digga. Seatown, Digga. Als ob das herfällt, Digga. Was? Welche? Seatown. Was ist das denn für eine Map? Ja, bist du behindert? Nicht MV3 auf jeden Fall. Doch, Digga, guck, ich zeig dir das. Ja, zeig dir mal. Das kennst du auf jeden Fall. Direkt der Anhang, das ist das Hauptbild. Warte, 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 wo ist der Stream da? Direkt der Hauptbild ist dieser Überhang. Seatown ist keine MV3-Map, Tauna. Natürlich. Nein. So, what MV3-Maps do you want to see? Geh mal, klick mal rauf, Digga, ich muss sie sehen. Das ist eine DLC-Map, dann aber. Ich kenn Seatown nicht. Nein, Junge, bist du behindert, Digga? Du kennst sie 100.000 Prozent. Ja. Was machst du denn hier? Hat sie gesoffen? Nee. Die, Digga. Loll. Bist du behindert, Digga, und das ist dieser Überhang hier. Die hab ich komplett vergessen, Digga. Digga. Nee, das ist auf jeden Fall nicht geändert, das ist auf jeden Fall kein MV3-Map. Digga, die hab ich ja so aus meinem Gedächtnis gelöscht. Seatown ist sie. Ja, das ist der Überhang. Ja, ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich, Digga. Ich bin nicht dumm, Digga. Als ob ich mich daran erinnere mich, als ob ich mich daran erinnere. Und hier hab ich mich versteckt immer, Digga. Krass. Oder hier war auch ein Spot, Digga, wo man immer hingegangen ist. War das die Seatown hieß, Digga? Das weiß ich auch nicht mehr. Ja, also der Name hat mir gar nichts, gar nichts gesagt. So, jetzt geh mal schnell in die Runde, Digga. Aber erst als ich's gelesen hab grade, dachte ich so, Seatown? Als ich gelesen hab, also als ich's gesagt hab, dachte ich so, ja, Seatown, ja stimmt. Aber als ich gelesen hab, Seatown? Seatown? Ich bin auf jeden Fall schon an meinem Spot. Du musst jetzt jetzt mal wieder auf deinem Spot hinkommen, Tana, ne? Ja, ich bin da. Achso, du bist. Gut, das ist besonder, aber erst mal geschafft, dass Tana jetzt, dank dir, dass es doch kein läufiger Spot ist. Ich war schon ein bisschen proud, Digga. Was machst du da? Haha, Tana ist echt tief in seiner 76. Ich hab ihn nicht mehr. Du musst out of map gehen. Du hast das übelste Standbild grade. Oh, das wär auch crazy. Das wär auch crazy. Das wär auch crazy. Das wär richtig. Oh. 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 Ich hab dich mal rausgeflogen. Oh, Digga. Ne, hab ich keinen Bock, Digga. Machen wir morgen weiter. Ja, wollen wir nicht jemandem die Spots zeigen, Digga? Hä? Ne, auf jeden Fall nicht. Ne? Ich würde das ja selber finden. Okay. Also ich weiß auf jeden Fall krass, dass du mir gerade in die Augen geschaut hast, dass du mich nicht gesehen hast, dass du mich nicht gesehen hast. Wen? Szenen, mich. Echt? Ich hab dich auch nicht gesehen. Szenen sowieso morgen vergessen, wie das war. Let's go, Szenen. Okay, Jungs, kommt raus. Oh, okay. Also vier Tage später geht's endlich mal in die zweite Runde, um das hier fertig zu kriegen. Aha, hier war jemand. Oh, scheiße. Oh, okay, komm. Hast du alle Verstecke vergessen jetzt schon Szenen? Jungs, ich weiß nicht. Nee. Ja, aber diesmal? Das ging schnell, Digga. Ja, dafür dauert mich... Was, Digga? Brauch eher umso länger. Okay, gut. Ich komm. Wir brauchen umso länger für mich, Digga. Ja, ja. Hundertprozentig. Kannst du irgendwo raufklettern? Bestimmt, ne? Ja, auf jeden Fall, Digga. Nein. Du hast auf jeden Fall, äh, gestern... Äh, gestern, ja. Vor vier Tagen, als du, als ich mich da versteckte, hab ich nicht gesehen, Digga. Obwohl du direkt vorgestanden bist. Wo? Er wollte dich einfach nicht sehen, damit du dich besser fühlst. Achso. Und ich hab ich zuhause, wo du auf Klo warst, in einem Schnittprogramm geguckt, wie du liegst. Shit, ey. Was? 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 Okay. Ah! Ich sag, du wirst mich niemals finden ohne Tipps. Ich glaub, ohne Tipps niemals. 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 Crispy Chicken Baguette? Crispy Chicken Baguette. Aber komplett ohne. Ohne Tipps. Ohne irgendwas. Ist aber eigentlich schon ein Tipp an sich, dass, äh... Ne, kein Tipp. Dass ich sage, dass du mich nicht finden wirst. Ja. Weil dann suchst du ja an so extravaganten Spots und so. Boah Digga, also wie lange suchst du den schon? Keine Ahnung, Digga. Also Recording geht jetzt zehn Minuten. Also ungefähr neun. Für die längste Suchaktion von allen. Vor allem, weil er dich echt nicht finden wird. Ne, glaub ich auch nicht. Also irgendwann wird er mich halt schon finden, ne? 50 Minuten oder so. Da kommst du nicht drauf. Da kommst du einfach nicht drauf. Ich hab's ja auch nur durch Zufall einfach gedingst. Ja. Ich hab's noch nie online gesehen, dass du's jemand gemacht hast. Ich hab's auch noch... Ich hab's nicht mal versucht. Ich hab einfach aus Zufall das gesehen, Digga. Ja, das sieht auf jeden Fall mau aus, ne? Ab wie vielen Minuten krieg ich denn ein Crispy Chicken? Ah nicht, Digga. Kannst dir irgendwann helfen und sagen, kalt, warm. Ja, wir sind ein Crispy Chicken, glaub ich. Auf jeden Fall. Ich lieg auf jeden Fall offen einfach. Und ich liege das auch, Digga. Also ich bin nicht irgendwie... Keine Ahnung. Ich geb schon wieder Tipps, ne? Ich geb schon wieder Tipps. Ja, muss doch auch, Digga. Ja, okay. Dann gib dein Crispy Chicken halt auf, Digga. Ja, scheiß auf dich. Pissig. Gar nix, Digga. 25 Minuten, Digga, versucht für Crispy Chicken. Auf einmal so, will ich gar nicht. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, du warst einmal so close. Ich glaub, bis noch hat das nicht mal gesehen, Digga. Sonst hätte er was dazu gesagt. Ja? War da kurz Stille? Nee, da war keine Stille. Nochmal geredet. Aber er ist straight up vorbei gelaufen. Nee. Okay, dann hab ich... Du hast ja nicht gesehen, Digga. Ja, ja, du, ich glaub, du hast echt nicht gesehen, Digga. Auf jeden Fall, das war ganz knapp. Er ist nur nicht drauf gekommen, weil er es nicht geschafft hat. Und dann dachte er, okay, das schafft man eh nicht. Nee, das hat er nicht gemacht. Doch, 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 doch. Toll. Bis jetzt hab ich 20 Minuten Videomaterial, das du mir gleich angucken musst. Mal sehen, ob du recht hast. Digga, das hab ich dann ja komplett verpeilt. Ja, es war auf jeden Fall schon vor 5, 6 Minuten oder so. Als ich gesagt habe, 9 Minuten... Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich nicht genau, aber ungefähr so. Es war wirklich richtig knapp. Er hat es fast geschafft, aber dann dachte er so, nee, das schaffen wir ja gar nicht. Digga, spielst du jetzt Mindgames mit mir oder was? Nein, nein, ich schwöre sogar. Du wirst ja sehen, wenn du das nochmal anguckst, Digga. Ja, ja. Da ist es nicht stehen. Da kannst du nicht glauben. Da hast du nicht nur, oder ist es? Wie gesagt, Digga, jetzt müssen wir es nicht drehen mal. Ja, Digga, dann geht doch nicht. Junge! Yeah! Digga! What the fuck? Das ist einfach ein Raum, Digga. Weißt du, wie ich das einfach rausgefunden habe, Digga? Du bist einfach hier? Nee, hier Digga, hier. Guck mal. So. Und dann bin aber einfach da ran gesprungen, Digga. Ach, hier an die, Digga. Nicht mal drüber nachgedacht, Digga. Und einfach so. Äh, so. Huh! So unaufgeklettert. Ich so. Huh! Auf einmal, ich geh hier rein, Digga. Hä, was? Wie schaffst du das denn, Digga? Holy fuck! Du musst halt hier an diese Dings klettern, ne? Ja, ja. Ja, genau. Ja, genau. Ja, ja. Einfach mal. Oh, nice. First try. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Abonniert den Kanal für weiteren Stuff. Und danke auch an euch beide Jungs, dass ihr die Runde jetzt nach 4 Tagen nochmal geconntet habt. Yeah. Also ein gutes Ende haben. Dayfalling schicken wir dir, ne? Jo. Alles klar, ne? Haut rein und ciao.